Wir suchen Komplexität, weil es keine einfachen Antworten gibt. Wir suchen die Fragen, die noch keiner gestellt hat. Wir wollen die Dinge anpacken, die eine Nummer zu groß für uns sind. Wir sehen die Zukunft grüllen. Bunt. Und in der Grauzone. Dynamisch. Digital. Und vielversprechend. Es ist uns nicht egal, wohin sich die Welt entwickelt. Darum sind wir auf der Suche nach Lösungen. Es braucht Spannung, um Funken zu schlagen. Und Kontraste, damit Formen sichtbar werden. Die Welt ändert sich nicht von heute auf morgen. Aber wir denken jetzt schon weiter. Wir entwerfen mit Codes, designen mit Paragraphen und malen mit Molekül. Wir sind die Managerin und die Wirtschaftsjuristin. der Ingenieur und der Designer der Zukunft. Wir sind Partner und Gefährten. Lernen voneinander, wachsen miteinander. und wachsen weiter. Schönen und reservatmisch. K hoped und Untertitelung des ZDF, 2020